Dem Speisewagen hereinschütten und mit dem Feuerzeug, das man hat, anzünden und dann wegschrollen. Aber anscheinend gibt es mehrere Wege, um ein Rätsel zu lösen. Gut gedacht, ja, ja. Aber jetzt mach ich lieber einen Kapp, bevor die Zeit raus ist. Und wieder zurück zu Lost Horizon mit unserem netten Fenton. Und ich wurde erwischt. Das darf doch nicht wahr sein. Habt ihr alle Leute habt ihr heute alle Ausgang? Ihr solltet euch wirklich dreimal überlegen, ob ihr euch mit mir anlegen wollt. Ihr müsst mich verwechseln, Jungs. Hinter euch ein Dreiköpfiger Drache. Super, dass ich euch treffe. Ich suche noch zwei blendend aussehende Burschen in der Tanzgruppe. Ich, äh, jetzt fällt mir nichts ein. Ich mach mal das hier. Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Ich glaube nämlich, das sagt aber jeder Antwort. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Anderes genommen und da hat er dasselbe gesagt. Und jetzt gibt's wieder eine Zwischensequenz. Wach auf, Paddock. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Ich lach später. Lass mich erstmal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftserweiterung war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Hey, Jungs. Lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Ich komm euch ab jetzt noch nicht mehr in die Quere. Einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Geschäft eröffnen ist leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Ha, 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 ha. Aber wir wollen nicht herzlos sein. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst die Art deines Todes wählen. Willst du lieber ersticken oder ertrinken? Du musst dich nicht sofort entscheiden, Paddock. Tolle Auswahl. Ich will dir das mal erklären. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Wenn wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast da noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Darum haben wir für sich ein Loch im Deckel gebohrt. Du wirst erst mal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in ein, zwei Minuten überstanden. Nein, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise, alter Freund. Danke, Leute. Macht uns keinen Ärger mehr. Hi, Fischi. Hi, Fischi. Warum willst du mich erfreschen, Fischi? Nicht nett, Fischi. Fischi! Das war der Fischi. Schön, Herr Mist. Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. So, also. Was jetzt leider nicht... Was? Stoffservierte. Okay, jetzt gibt es, glaube ich, wieder zwei Lösungsmöglichkeiten. Denn als ich die Flasche aufgemacht habe, habe ich natürlich... Ah, das war das mit der Zimmernobie, genau. Als ich die Flasche aufgemacht habe, habe ich natürlich einen Korken erhalten, mit dem ich dann von hier das Teer geschmolzen habe und dann den Korken darauf und dann hätte ich eine zweite Hand frei. Denn mit dem Korken konnte ich dann das Loch stopfen. Aber wie das jetzt mit der Stoffservierte aussieht, weiß ich nicht. Äh, anbrennen? Der Teer ist ausgehärtet. So bekomme ich ihn nicht ab. Jetzt ist genau dasselbe Prinzip. Mal versuchen. Zuerst mal den Teer schmelzen. Und dann die Stoffservierte. Ach genau, das ist wie letztes Mal. Nur halt mit einer Serviette. Oh nein, jetzt einmal ist Zimmernummer. So, Serviette mit Teer wieder ins Loch stecken. Ha! Okay. Jetzt bin ich genau da, wo ich letztes Mal nicht weitergekommen bin. Wenn es nur so einfach wäre. Der Deckel ist zu genagelt. Drennen wir das Deckel. Ich kann ihn nicht so ohne weiteres aufdrücken. Oh. Okay, kann ich irgendwas mit dem drumher machen? Damit kann ich das Scharnier nicht lösen. Ja. Kombinierere Feuerzeug mit Scharnier. Bum, bum, bum. Funktioniert nicht. Ähm, falls ihr wisst, wie ich meine. Mit dagegen schlagen. Ja. Ich glaub, das klappt. Wenn es nur so einfach wäre. Der Deckel ist zu genagelt. Ich kann ihn nicht so ohne weiteres aufdrücken. Ja, brennen sie einfach auf. Oh, oh, oh. Ach ja. Dieser Fenton macht mich fertig. Und dann gibt es nur diese drei Intaktionsmöglichkeiten. Verdammt. Mit der Brieftasche werde ich ja wohl nichts anfangen können. Oder doch? Ha, die Geheimwaffe. Zünden, zünden, anzünden. Äh, soll ich das hier nochmal rausnehmen? Vielleicht brauche ich das für etwas nicht anderes. Lieber nicht. Nein, das kann man nicht mehr. Die Stoffserviette und der Teer dichten das Loch ab. Jetzt habe ich endlich eine Hand frei. Ach, na super. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, was ich machen soll. Was ist das hier? Aufgaben. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. Hast du Deutsch gelernt? So wissen Sie immer, was Ihr Held als nächstes tun sollte, für den Fall, dass Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst. Diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Danke, Sir. Klar. Also gut. Es ist am Deckel der Kiste festgeschraubt. Ich probiere mal mit beiden. Das ist ein Scharnier. Die Tonks haben anscheinend eine alte Tür als Deckel für diese Kiste verwendet. Was ist super, Scharnier ist der Kenkassis. Wo bist du gescheit? Ich bin sehr... Wenn es nur so einfach wäre. Der Deckel ist zugenagelt. Ich kann ihn nicht so ohne weiteres aufdrücken. Nein, Faden ist eh halb sympathisch derzeit. Die Fugen der Kiste sind mit Teer abgedichtet. Ja, halb sympathisch. Ähm, warum kann ich da nicht Feuerzeug döckel 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 anwenden? Genauso wie hier. Und das mit dem... Die Stoffserviette und... Ja, 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 ja. Was soll ich jetzt mit dieser Runde machen? Was nur? Da ist ja nichts mehr. Zumindest hier nicht. Doch, n' Döckel. Guter Kunt. Das ist ein Scharnier. Guter Kunt. Da ist doch eine Serviette mit der Teer. Guter Kunt. Das sind meine Schuhe. Schlechter Kunt. Jetzt könnt ihr mir mal helfen, Leute. Denn dieser Schreterl ist mir schon zu schwer. Die Fugen der Kiste... Ich kann ja nichts mehr... Damit kann ich das Scharnier nicht lösen. Ja, und wenn ich das... Kann ich auch nicht rausnehmen. Ist eh klar. Mit der Brieftasche kann ich ja auch nichts mehr können. Und mich selbst unzündet. Nein. Okay. Ich hab das Loch abgedeckt. Was macht man jetzt in einer ganz logischen Situation, nachdem man am Meeresgrund mit einer Kiste, einer Serviette, mit Teer, in einer Kiste mit einer Serviette, Teer, Feuerzeug und Brieftasche sitzt. Indem man nur mit dem Scharnier, Döckel und Serviette mit Teer interagieren kann. Die Stoffserviette und der Teer dichten das Loch ab. Jetzt hab ich endlich eine Hand frei. Kannst du denn... Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Kann mich auch nicht bewegen. Ja, klar. Menü weg, Menü auf. Menü weg, Menü auf. Menü weg, Menü auf. Feuerzeug. Das ist ein super Feuerzeug. Okay, Leute. Ich glaube, ich mach dann erstmal... Oder wartet. Ja, okay. Ich glaube, ich mach dann kurz mal Schluss und überleg mir was. Okay, Leute? Okay. Bye.